So beendet man doch keinen Tanz. Die richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Heda. Du weißt, ich lass mich nicht gern bedrängen. Und ja, genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein, der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Okay, komm. Mir nach. Wie weit ist es? Ist ein Stück. Aber dort ist er sicher. Vergiss nicht. Kein Bernstein, kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Wie weit ist es? Wie weit ist es? Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar. Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein! Sorry, aber ich lasse doch eine Lady nicht allein. Au! Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Ich komme ja nicht wieder. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Also? Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Und? Wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Okay. Ich muss nur noch rausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen. Und vergiss nicht, der Bernstein hat bei dieser Mission oberste Priorität. Hol ihn und bring ihn zu mir. Keine Umwege. Verstanden. Noch ein bisschen Zeit ziehen wird drin. Das wird mit so heiß. Das wird mit so heiß. Gehen. Ah! Oh, ja, 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 ja. Das hätten wir. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war's für mich. 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 Ich wusste, das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Okay. Okay. Das war's für mich. Das war's für mich. Vielleicht ist es für mich. Vielleicht ist es für mich. Das war's 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 für mich. Verdammt. Das war's für mich. 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 Oh, Alpha. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das ist neu. Nicht schon wieder. 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 Wie bitte. Nicht schon wieder. 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 Ich bin. Warte, ich hab den Schlüssel. Wir sehen uns später. Viel Erfolg. Wir auch. Also gut. Zuerst zur Bugbinderei. Ich hab zwei Artikel für dich zurückgelegt, aber verrat's nicht. Wie raffiniert. Lord Liste ist hier die erste Komponente. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach sechs Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirst nicht überrascht? Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie, erst nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Wir sehen uns, Leon. Das gleiche Symbol an Gong und Tor. Schwierig ist anders. Irgendwie schwank mir nichts. Gut, Chris. Er denkt sich sowas aus. Er denkt sich sowas aus. Okay, jetzt zur zweiten Komponente. Ne Falle. Ah! Das kann ja heiter werden. War ja klar. War ja klar. Das war's für heute. Oh! 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 Na bitte, fehlt nur noch einer. Ich hab genau das Richtige hier für einen Profi wie dich. Das war's für heute. Das war's für heute.